Es ist Zeit für einen kleinen Quick Release zum Zeichnen und Ablesen von Sinusfunktionen. Und zwar jenen, die sich mit dem Parameter b durch die Funktionsgleichung f ist gleich Sinus von b mal x beschreiben lassen. Ich nehme mal an, du weißt bereits, welchen Einfluss der Parameter b auf den Graphen einer Sinusfunktion besitzt. Falls dem aber doch nicht so ist, dann lass ihn dir von diesen kleinen Flitzern nochmal kurz erklären. Den Link findest du einmal hier oben und unten in der Videobeschreibung. Starten wir mit dem Graphen der Funktion f ist gleich der Sinus von 2x, bei dem der Parameter b also den Wert 2 besitzt. Wichtigste Eigenschaft dieses Parameters ist natürlich, dass sich in Abhängigkeit vom Wert von b die Periode p der Sinusfunktion verändert. Also jene Zahl, nach der unsere Funktion einmal vollständig gezeichnet wurde. Im Umkehrschluss musst du zum Zeichnen also wissen, welche Periode diese Sinusfunktion denn nun genau besitzt. Und das führt zu der Frage, wo genau der Start und wo der Endpunkt der Sinusfunktion liegt. Nun ja, der Startpunkt liegt immer im Koordinatenursprung. Kannst du dir direkt markieren. Und der Endpunkt? Den musst du dir berechnen und zwar genau mit dieser Gleichung hier unten. Die Periode ist immer das Verhältnis aus 2pi und dem Betrag deines Parameters. Für unseren Parameterwert ist das dann also 2pi geteilt durch den Betrag von 2, was gekürzt pi ergibt. Und genau an dieser Stelle bei x ist gleich pi markierst du deinen Endpunkt. Zwischen diesen beiden Punkten verläuft die Sinusfunktion einmal oberhalb und einmal unterhalb der x-Achse. Genau in der Mitte, bei der Hälfte der Periode muss sie die x-Achse also nochmal schneiden. Wieder genau in der Hälfte zweier Nullstellen liegen das Maximum und das Minimum. Bei pi viertel geht es einen Schritt nach oben und in der Mitte zwischen den anderen beiden Nullstellen bei 3pi viertel geht es einen Schritt nach unten. Alle Punkte verbinden und fertig ist der Graph für die erste Periode. Du kannst den Graphen aber selbstverständlich auf jedes andere Intervall erweitern. Du musst dazu im Prinzip alle grün markierten Punkte genau eine Periode weiter nach rechts verschieben. Jeden Punkt also um pi Schritte nach rechts und schon hast du den Graphen für die zweite Periode gezeichnet. Und so kann man dann links und rechts noch weitere Perioden hinzufügen und den Graphen in einem ganz konkreten Intervall zeichnen. Schauen wir uns das an einem zweiten Beispiel an, bei dem der Parameterwert etwas komplizierter ist. Sagen wir b soll –0,5 sein oder als Bruch geschrieben –3viertel. Start und Endpunkt erhältst du wieder aus der Periode, muss dieses Mal also 2pi durch den Betrag von –3viertel dividieren. Der Betrag von –3viertel ist einfach nur 3viertel und Division durch einen Bruch ist dasselbe wie Multiplikation mit dem Reziproken, mit dem Kehrwert. Die Periode beträgt damit genau 8pi Drittel. Damit wir den Graphen dann aber zeichnen können, ist auf der x-Achse eine andere Einteilung notwendig, eine die diese Vielfachen von Pi Drittel enthält. Und sobald das Koordinatensystem fertig ist, geht's ganz analog zum ersten Beispiel. Startpunkt im Ursprung und der Endpunkt eine Periode weiter nach rechts. Genau in der Mitte, bei der halben Periode, liegt eine weitere Nullstelle. Und wieder in der Mitte zwischen zwei Nullstellen, also bei einer Viertelperiode, das Maximum oder das Minimum der Sinusfunktion. Und natürlich möchte man intuitiv bei der Sinusfunktion zuerst nach oben. Aber bedenke, dass das Minuszeichen beim Parameter b eine zusätzliche Spiegelung an der x-Achse bewirkt. Man geht bei der Viertelperiode also nicht einen nach oben, sondern einen Schritt nach unten. Zwischen den verbleibenden Nullstellen, also bei 3viertel der Periode, geht's dann aber tatsächlich einen Schritt nach oben. Und dann am Ende, et voila, fertig ist der Graph der Sinusfunktion. Naja, zumindest für die erste Periode. Wenn du den Graphen noch nach links und rechts erweitern möchtest oder musst, dann verschiebst du die einzelnen Punkte einfach eine Periode nach links oder rechts, markierst dort die 9 Punkte und ergänzt damit den Graphen. Entscheidend für das Zeichnen des Graphen ist damit, ob du in der Lage bist, aus dem Parameter b die Periode p zu bestimmen. Diese Formel kann man sich entweder merken oder schaut bei seinem Freund und Helfer dem Tafelwerk einmal vorbei. Andersherum find's das aber ganz genauso. Wenn du einen Graphen gegeben hast und die Funktionsgleichung, also den Parameter b, bestimmen sollst, dann kannst du zunächst die Periode p ablesen und damit den Parameter b berechnen. Wie genau, das schauen wir uns jetzt zum Abschluss noch einmal an. Um die Periode p abzulesen, schaust du natürlich ans Ende einer einzelnen Sinuskurve. Nur noch auf der x-Achse ablesen, welche Länge dort steht und fertig bist du bereits. Bedenke aber auch, dass die Periode immer durch 2pi geteilt durch den Wert des Parameters b gegeben ist. Um die Funktionsgleichung angeben zu können, musst du diese Gleichung also nur nach b umstellen. Dazu kürzt du als allererstes die Pi's auf beiden Seiten raus, multiplizierst mit der 2 aus dem Nenner und tausch dann nur noch das b mit der 5 auf der rechten Seite. Und siehe da, der Parameter b muss den Wert 4 fünftel oder als Dezimalzahl 0,8 annehmen. Schauen wir uns noch einmal ein zweites Beispiel an, bei dem der Graph der Sinusfunktion dieses Mal genau so aussieht. Wieder beginnst du mit dem Ablesen der Periode. Das wären dann also Pi Drittel, 2pi Drittel, 3pi Drittel und schließlich 4pi Drittel. Erneut schreibst du die Periode als 2pi geteilt durch b und stellst das Ganze nach b um. Die Pi's kürzen sich wieder raus. Die 3 wird nach links multipliziert, sodass nur 6 durch b ist gleich 4 übrig bleibt. Die 4 und das b tauschen nach Multiplikation und Division die Plätze und 6 viertel kürzt du zum Schluss noch zu 3 halbe, also zu 1,5. Aber Vorsicht, der Parameter b ist nicht 1,5, sondern minus 1,5. Die Sinusfunktion oben im Koordinatensystem geht nämlich in der ersten Viertelperiode nicht nach oben, sondern nach unten. Gespiegelt an der x-Achse, der Parameter b muss negativ sein. Jo, und das war's dann auch schon mit dem Parameter b. Im nächsten Video gehen wir im Alphabet einen Buchstaben weiter und kümmern uns um den Einfluss des Parameters c. Glücklicherweise brauchst du für dessen Verständnis aber auch nicht viel einen Einheitskreis und zwei kleine Flitzer. Wieso, weshalb, warum? All das im nächsten Video. Wieso, weshalb, warum? All das im nächsten Video. Wieso, weshalb, warum? All das im nächsten Video. Vielen Dank.